ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weil es gibt es natürlich wie immer vorab bevor es losgeht den ja der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber zum bitcoin und wir sehen dass die kryptowährung innerhalb der seitwärts range momentum aufgebaut hat insbesondere ist das auf die heutige sitzung zurückzuführen es kommt also wieder bewegung rein und wir hatten uns ja folgendes markiert die wichtige unterstützung bei 26.627 dollar hier gab es in der vergangenheit mal einen fehlausbruch und diese unterstützung wird jetzt eben auch möglicherweise zum dritten mal in folge verteidigt wir haben auf der oberseite ein wichtiges zwischentief und zwar bei 27.632 dollar und zwar haben wir ein zwischentief dann der bruch und hier gab es eben in jüngster vergangenheit am meisten aktivität das heißt der markt befindet sich hier nach einem starken aufwärts impuls und einer gegenbewegung jetzt in einer seitwärts range da der markt jetzt wieder steigt könnte es einen test der oberen grenze geben und wenn der markt hier oben ausbricht dann könnte das der start schuss sein um möglicherweise das jahres hoch zu testen und dann vielleicht auch zu durchbrechen der nasdaq future versucht über das vor wochen hoch bei 13.949 punkten auszubrechen der bereich wird jetzt erstmal respektiert bemerkenswert ist aber dass aus dem mittelfristigen aufwärtstrend auch ein langfristiger aufwärtstrend entstanden ist denn das august hoch wurde in der vorwoche per wochenschlusskurs durchbrochen der dax future zieht sich vom rekord hoch zurück und rutscht auch unter das alte rekord hoch bei 16.294 punkten wenn der markt weiter nachgeben sollte dann wäre zumindest mal ein test des ausbruchsniveaus bei 16.125 punkten möglich wenn der markt sich aber oberhalb dieses ehemaligen allzeithochs etablieren kann dann könnte der markt eben auch ja den trend fortsetzen und eine trendfortsetzung ist eben wahrscheinlich ja beziehungsweise der aufwärtstrend ist ja noch intakt die frage ist eben nur ob vorher der markt etwas stärker nachgeben wird bevor er dann wieder ein neues rekord hoch markiert trading ideen dazu gibt es natürlich auch wie immer in meinem video von heute morgen den link gibt es immer unten in der beschreibung wir schauen uns aber auch noch mal ein paar andere märkte an euro dollar tritt jetzt in dieser woche auf der stelle nach drei verlustwochen und hier haben wir eine wichtige unterstützung bei 107 59 momentan scheint der bereich zu halten und hier haben wir auch noch mal ein wichtiges zwischentief bei 108 48 und das ist also hier die kurzfristige range der aufwärtstrend ist noch intakt unsere aufgabe als händler ist es jetzt also herauszufinden wo das korrektur tief ist und hier wurde zumindest mal reagiert und ein anstieg über 108 48 könnte eben wieder deutlich mehr hoffnung machen gold kann den kurzfristigen rückgang scheinbar nicht stoppen es geht weiter nach unten und möglicherweise droht jetzt ein rückgang in diese unterstützungszone die durch die tiefs definiert wird zwischen 1934 und 1934 bis 1949 dollar so rum das wäre das wahrscheinliche szenario wir haben hier einen wichtigen tiefpunkt das war der letzte aufwärtsimpuls es gab einen fehlausbruch in der vorwoche und eine positive überraschung wäre wenn der bereich eben doch noch verteidigt werden kann also wenn sich das eben als zweiter fehlausbruch entpuppt momentan besteht eben die gefahr dass der markt hier in diese tiefs rein läuft die ölsorte wti verteidigt die horizontale trendlinie bei 71 dollar und 77 cent hier gab es einen push über das hoch und dann eben der starke rückschlag hier gab es das zwischenhoch der bruch nach oben und dieser bereich dient jetzt eben abwechselnd als widerstand und unterstützung hier gab es den bruch vor drei wochen dann der erfolglose erholungsversuch vor zwei wochen dann die erholung und der nachhaltige anstieg darüber in der vorwoche und jetzt kann der bereich als verteilt als unterstützung genutzt werden das bedeutet die 73 92 90er marke könnte nochmals in angriff genommen werden da gab es in den beiden vergangenen wochen zumindest mal zwei ernährungsversuche unterhalb der 71 66 besteht die gefahr was der markt also nochmals unter die 65 dollar rutscht lasst gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat ansonsten melde ich mich natürlich morgen wieder mit einem update viel erfolg bis dahin und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal